und weiter geht's nur mal fragen oft hilft ich einfach mal das fragen wie im echten leben fragen ist meine gute idee du hast in der flasche eben sand dorn bärbein geholt aber ist sie denn schon weit genug und wir haben zurückgebracht darf sie denn schon wein trinken ok jetzt noch mal über schnellere präger das letzte das letzte ding ich glaube das hatten wir eine demo version nicht mehr mit drohen es kommt mir relativ unbekannt vor das hat nach dem zweiten nach dem zweiten ding nach dem ding mit dem onkel mit dem schlüssel hat es aufgehört endete durch die demo an die fahrstuhl geschichte kann ich mich zumindest das das ist für mich neu ich glaube dass es betreten wir hier neues zauber wir sind raus aus der demo version geschichte ist nur wirklich in der vollversion angekommen auf hier marmelade erstellte die spirituosen ja nicht marmelade sondern spirituosen nichts was nur gebrauchen könnte das ist super auf hier ok muss nicht dranhängen ok es ist noch mal hier nach oben das doch zu machen da war der letzten den dritten und letzten winderfrischung ein weiterer fahrstuhl Achso, aber wollen wir den hier lang nicht? Hm. Gehen wir jetzt zurück, oder was? Das ist ja ziemlich neu für mich, ja. Das war in der 7. Version natürlich noch nicht vertreten. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich mir dann dachte, fast nach dem 2. Kumpfschluss hier. Ich will auch noch die Insel retten. Dann müssen wir leider auf die Vollversion warten, da dachte ich mir, jetzt können wir hier auch die Insel zu Ende bringen. So, was haben wir denn hier? Oha. Na, durch hier, ganz schnell. Atomaskar ist nicht mit dabei. Ich kann eschauen, sie wüsper. Ich muss nur noch weitergehen. Es ist nicht meine erste Mal, dass ich das mache. Inselt schon. Na, komm, da. Let's start. Oh, komm, da. So rein damit Befreien wir die Insel Von der Von dem Smog hier Okay Was zum Das hat ja wohl nicht so ganz geklappt Nicht so wie erhofft Oh Schreck Nein Wir waren so kurz davor Oh, ist ja gut Was ist passiert Oh, wie geht's Oh, wie geht's Oh, wie geht's Und wo sind wir hier nur hinein geraten? So, da sind wir im letzten Part irgendwo hineingefallen und sind hier scheinbar unter der Erde. In einem Art Wasser. Scheint wässrig zu sein. Ich weiß nicht ob wir hier lange aushalten können. Ist doch ziemlich... Ich glaube wir sollen nach rechts gehen. Ist hier wirklich unter Wasser? Wenn ja, dann sollte man mal schnell schauen, dass wir auftauchen. Okay, noch nicht so, das können wir nicht benutzen. Hier in diesem Ort. Was schlecht ist. Wir rufen. Aha. Das klingt ja grausig. Oh, okay. Ich gehe jetzt hoch. Kleine Kletterprokur. Scheinbar kann man da was atmen. Auch was Neues. Ah, okay. Wir haben uns angehebenden. An gewisse Noten. Okay, die müssen wir jetzt hier einsammeln. Okay. Da sind wir drin gestorben. Okay. Da sind wir drin gestorben. Okay. Nein, das war doch Garten weg. Da haben wir gerade in Luft gehangen. Na, Studio Fist bin. Was war das denn? Da haben wir gerade in Luft gehangen. Ich habe es auf Video. Ich habe es auf Stream. Ich werde hier wieder Bugs aufdecken. Tja. Oh, okay. So, wir müssen das nächste Ding finden. So, wir müssen das nächste Ding finden. So, wir müssen das nächste Ding finden. Gehst du lang? Erinnerung. Okay. Fährt Schreinfolge oder was? Fährt Schreinfolge oder was? Ah, okay. Verstehe. Du musst das zum Schluss bekommen. Sonst ist es die falsche Reihenfolge und wir sterben dran. Ah, ja. Das erste, das andere wollen. Wer ist das hier? So, hier rüber. Das eine Erinnerung konnte ausweichen. Die brauchen wir später wieder. Oh nein. Das ist mein Hirn schlank. Ah, hier ist die nächste Erinnerung. Das ist sehr schön. Da fehlt uns noch einer in der Mitte. Jetzt sollten wir erstmal die hier holen, glaube ich, oder? Warten wir, bis es zurückkommt. Aha. Eine Truhe. Mit noch mehr Erinnerungen. Mit noch mehr Tönen. Für unsere Musik. Oh. Und die Schlüsse dazu. Aufzieher. Sehr schön. Du hast die Schlüsse zur Spieluhr erhalten. Na dann. Auf und davon. Oha. Die zweite wieder runter. Ein bisschen Jump and Run. Das muss man dann doch können. Hier zu übernehmen. Oh nein. Übung macht den Meister Kleister. Kleister Meister. Kleister Meister. So. Sieh mal längst. Wir müssen nach oben. Ganz nach oben. Auf diesen Bohnen ranken. Sieh mir doch fast nach oben. Oha. Sieh mir doch fast nach oben ranken aus. Sieh mir doch fast nach oben ranken aus. Sieh mir doch fast nach oben ranken aus. Muss man natürlich vorsichtig sein, wenn man runterfällt. Sonst ist man schnell wieder am Anfang. Oh nein. Ich war doch drauf. Na komm. Das ist mit dir hoch. Und jetzt hier. Eine Leiter aus Algen und Bohnen. Wie wird er sein Algen und Bohnen unter Wasser? Wäre dann doch ein bisschen seltsam. Okay. Und dann mal die Truhe. Schnappen Visions. Und ab dafür. Oha. Das ist einer der Riesen. Wir tun uns nichts. Wir wollen nur eine Truhe. Hm. Das war doch das fehlende Musikstück. Die fehlende Note. Und dann errege ich mich. Die fehlende Note zum ersten Need. Eine gute 8 von 12. Oh. Der Brunnen. Ich bin okay. Ich bin okay. Sie antwortet. Ich bin okay. Sie liebt. Na dann auf hier. Oha. Sie ist wieder viel Luft verpestet. Dann müssen wir wieder. Er ist glücklich, dass er sie gefunden hat. Und er riecht über seine Vorrede für jetzt. Aber unvorstellte Irritation steckt in seinem Kopf. Er weiß, dass er es wird. Es ist nun eine Routine. Die Argumente, die sie auf Wiederholung hatten. Über ihre hypocritischen Worte. Wie sie nicht eine Maske weint, wenn sie andere zu verbreitet. Wie sie sich selbst verbreitet. Er zahlt sich statt. Nur ein paar Worte von Worte. Wenn wir den Schalter umlegen. Ach, haben wir schon. Hier sind wir jetzt. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar. Noch eine. Oder so. Luft erfrischen müssen wir noch. Machen. Unsere Schwester. Wir haben eine Schwester. Sie versucht ihn nicht zu hören. Und nicht vergessen. Das wusste ich ja noch nicht. Mora hat eine Schwester. Ja, die kleiner ist Mora hier lieber spielen. Mordingenieuren. Ah, das ist der letzte. Luft erfrischen. Na komm. Sehr schön. Dann. Und jetzt. Ab dafür. Achso. Ja. Hier. Kumpel. Oha, die Luft füllt erfrische. alles wieder sauber oder nicht saffern ok na hier ist er noch ich sehe da noch ein paar kümelchen jetzt müssen wir zurückkehren ok ich glaube die werden sich irgendwann mal verkümmeln jetzt mit dem kümelchen da müssen wir nicht mehr angst vorhaben das meiste haben wir schon erledigt das meiste haben wir geschafft jetzt musst du deinen job tun ein harter tag für den altmann jetzt müssen wir erstmal zurück zum anfang der insel so kommen wir da jetzt am leichtesten rüber so hier das ding mal nach oben dann können so ein kleiner umweg aber ok wir können auch so die abwege gehen gewisser weise so ja da war der erste jetzt müssen wir irgendwie nach unten kommen hier runter wir sind doch auf bestem weg so ich habe jetzt noch mal eine flasche mitnehmen schade hätte ich mitgenommen das ist ja vorhin schon angeboten wir haben sie nur zugelegt so dann hier mal durch und dafür das ding sie jetzt komplett gereinigt wurde ist ja noch ziemlich viel gelbes kümelchen drin sich noch einige gelbe flocken wir müssen dann wohl dann einzeln nochmal abfischen so dann wir müssen hier mal runter auch schade können wir nicht springen ok ok wo kommen wir hier dann hat sie kein ficken gesagt klang ein bisschen so das ist wahrscheinlich nur meine Einbildung eine böse fantasie so auch zum hafen hier müssen wir noch runter auf zum steg alle mannen einbaut ich müsste zwar in seporen aufbrechen hier das war aber unsere quest wie ich das so verstanden habe geht es jetzt zurück zur anfangs in seporen hieß sie glaube ich nicht da kann man da irgendwas ausrichten jetzt da jetzt weitermachen Kapitel 1 Safan Teil 3 Safans Motto 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 8 9 9 10 11 11 12 12 12 11 12 12 15 Aber sei es drum. So, jetzt kommen wir hier weiter. So. Armer Fisch. Das sind wahre Verrückt. Kennen wir ja noch. Das ist unsere Insel hier. Okay. Was machen wir noch nicht wieder zurück auf der Heimatinsel? Ich habe noch keinen Plan. Ich lasse mich auch von den Berlieren. Aha. Jetzt müssen wir noch mal runter. Um da wieder hochzukommen. Okay. Okay. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Wir gehen in den Untergrund. Wir gehen in den Untergrund. Ingegenie des Teams. Toaktivitis. Und Vital pessoas zu spimmung. Ingeschenker. Wir sehen uns wieder.